Und damit begrüße ich euch zu einem Video, in dem ich über 5 Videospiele spreche, die meines Erachtens nicht so in aller Munde waren. Oder vielleicht damals in aller Munde waren, aber mittlerweile in Vergessenheit geraten sind. Teilweise werde ich euch jetzt hier Spiele zeigen, wo ich das Gefühl habe, dass die kaum einer kennt. Jedenfalls, das sind jetzt hier 5 Hidden Gems für 5 unterschiedliche Systeme. Ich wünsche viel Spaß dabei. Spider-Man 2, in dem Falle für die klassische Xbox, das ist ein Spiel, das gab es auch für unterschiedliche Systeme, sprich auch für PC, PS2 und sogar für die Gamecube. Hier handelt es sich um ein Spiel, was ursprünglich auf den eigentlichen Spider-Man 2 Film basiert, aber er hat nicht wirklich was mit dem zweiten Spider-Man zu tun. Denn hier seht ihr Charaktere, die gar nicht im Film vorkamen. Und so habt ihr ein riesiges Areal, was ihr erkunden könnt. Und ihr könnt hier sogar auch noch Areale freischalten. Ihr habt hier so viele unterschiedliche Missionen und ein meines Erachtens sehr gutes Combat-System. Ein Spiel, was man relativ günstig bekommt und immer noch Spaß macht, meines Erachtens. Eine absolute Empfehlung für Spider-Man 2, eines der meines Erachtens besten Spider-Man Games. Spider-Man 2, in dem Falle für die klassische Xbox. Sid Meier's Pirates, in dem Falle das Remake für die PSP. Hier habt ihr meines Erachtens auch die stärkste Version, beziehungsweise mit die stärkste Version. Das gab es auch auf der klassischen Xbox. Es handelt sich hier tatsächlich um ein Remake des besagten Pirates von Sid Meier. Ein damaliger Klassiker im neuen Gewand von 2K gepublished. Und hier habt ihr noch mehr Möglichkeiten, als ihr im ursprünglichen Spiel habt. Hier könnt ihr natürlich wieder Inseln erkunden, ihr könnt Aufträge von diversen Gruppen annehmen und ihr habt hier wirklich ein riesiges Piraten-Erlebnis. Es gab nie ein besseres Piraten-Spiel Sid Meier's Pirates hier im neuen Gewand. Und es macht wirklich Spaß. Ebenfalls ein Titel, den man sehr günstig bekommt. Eine absolute Empfehlung von meiner Seite Sid Meier's Pirates für die PSP. Sanwine für die PS1. Hierbei handelt es sich um einen Arena-Shooter. Ja, ich würde schon fast sagen um einen Twin-Stick-Shooter, der in einem sehr minimalistischen Gewand daherkommt. Hier habt ihr es wirklich mit einem klassischen Arcade-Shooter zu tun, der in seiner Overhead-Ansicht ziemlich gut daherkommt. Er lässt sich wirklich gut steuern und es ist ein wirklich gelungenes Spielerlebnis. Ich kann dieses Spiel absolut empfehlen, auch wenn hier leider ein Multiplayer-Modus fehlt. Nichtsdestotrotz ein wirklich, wirklich unbekannter Titel. Ich kann euch dieses Ding nur wärmstens ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, ob man ihn noch günstig bekommt. Ich habe ihn persönlich sehr günstig bekommen, aber eine absolute Empfehlung, wenn ihr mal auf der Suche nach einem unbekannten, guten Spiel für die PS1 seid. Sanwine. Ein weiterer Shooter, in dem Falle für den Game Boy Advance. Die Rede ist hier von Irideon 3D gepublished von THQ. Hierbei handelt es sich um einen 3D-Schmapp. Quasi ein 3D-Shoot-M-Up, was wirklich so unfassbar gut auf diesem System aussieht. Es ist wirklich herausfordernd. Also der Schwierigkeitsgrad ist hier wirklich gehoben und ihr müsst dieses Spiel mit Sicherheit öfter spielen, damit ihr nicht den Game-Over-Screen seht. Ich hatte an diesem Spiel sehr zu knabbern. Nichtsdestotrotz ein wirklich lohnenswerter Titel, auch wenn dieser etwas früh in der Entwicklung vom Game Boy Advance war, beziehungsweise in der Lebenszeit vom Game Boy Advance. Ein wirklich optisch guter Titel und Leute, die sehr hinter Shooter im Abs hinterher sind. Euch kann ich diesen Titel wirklich nur empfehlen. Den bekommt man auch relativ günstig. Ihr werdet nichts optisch Besseres auf dem Game Boy Advance erleben als diesen Titel. Wie gesagt, er ist wirklich herausfordernd. Nichtsdestotrotz ein wirklich, wirklich technisch gutes Spiel. Ihr habt zwar hin und wieder mit Slowdowns zu kämpfen, aber die sind wirklich verkraftbar. Iridion 3D für den Game Boy Advance. Das letzte Spiel in diesem Video, was ich euch sehr ans Herz legen mag, ist ein europäisch exklusiver Titel für den Game Boy Advance. Die Rede ist hier von legendären Daikatana. Im Gegensatz zu seiner N64 und PC Variante hat man hier ein bisschen die Story umgeändert. Es ist ein komplett anderes Spiel. Im Overhead-Stil, im klassischen Zelda-Gewand, würde ich schon fast sagen. Hier habt ihr ein klassisches Inventarsystem. Wirklich fordernde Rätsel. Teilweise wirklich herausfordernd, was die Bosse angeht. Eine wirklich bahnbrechende Story, wie gesagt. Und ein Titel, der meines Erachtens sehr unterschätzt wird. Ich denke, man bekommt ihn nicht allzu günstig mittlerweile. Dennoch ein wirklich gutes Spielerlebnis. Ich kann euch diesen Titel wirklich nur ans Herz legen. Daikatana für den Game Boy Color. Das waren jetzt 5 Spiele, wo ich der Meinung bin, dass diese ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Spielumsetzung kennt, ob ihr diese gespielt habt, was ihr von diesen Spielen haltet, ob ihr irgendwas hier aus diesem Ranking gar nicht kanntet. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Hulinert. Ciao.